Wir haben gehofft. Wir haben gebankt. Und wir haben gefeiert. Aber nach dem Finale ist vor dem Finale. Es ist geschafft! Deutschland steht im Finale des Fettcups. Die Zeit ist reif. Für den nächsten deutschen WM-Titel. Unfassbar, was wir hier gesehen haben! Das Fettcup-Finale 2014. Das Duell der Top-Teams. Tschechien gegen Deutschland. Unsere Tennis-Damen im Kampf um die Weltmeisterschaft. Am 8. und 9. November, ab 12.45 Uhr, live in Sat.1. Jetzt seid ihr dran, Mädels. Holt uns den zweiten WM-Titel. Run! Never stop!